Ja, das Verfahren gegen Radio Bremen lässt mich einfach nicht los, obwohl es ja eigentlich längst beendet ist. Aber die ganze Sache wird immer wieder hochgekocht. Vor ein paar Wochen gab es ja die ARD-Pressekonferenz, wo der Journalist Jakob Bure nochmal nachgefragt hatte. Und es war ja dann verabredet worden, dass ein Gespräch mit der Intendantin von Radio Bremen stattfinden soll. Das fand mittlerweile auch statt. Und es gibt davon ein Transkript auf der Seite Planet Interview. Und wenn man das so liest, dann muss man feststellen, ja, je mehr man danach fragt, desto verrückter wird die ganze Sache. Wenn du dich ausführlich mit dem Video auseinandersetzt, wie das auch ganz viele Creator machen, klären wir das nicht. Das habe ich getan im Falle von Y-Kollektiv und die Infokrieger-Reportage. Ich habe einen richtigen Beitrag gemacht. Ich habe sogar mich noch strenger verhalten als bei einem Reaction-Video, in dem ich nicht das ganze Video gezeigt habe, sondern dass ich einfach nur ganz konkret Ausschnitte gezeigt habe von den Sachen, die ich kritisiert habe. Ich habe einen klassischen, sauberen, journalistischen Beitrag gemacht und deswegen bin ich vor Gericht gezogen worden von Radio Bremen. Die lügt doch wie gedruckt, die Alte. Das ist doch unglaublich. Jetzt geht es aber los hier. Irgendwann dieser Missgedanke entstanden, das ist für Funk, ne? Funk, nicht, nicht, alles andere. Ja, das war Funk. Irgendwann mal dieses, das hat ja etwas mit Urheberrecht einfach zu tun. Ach nee. Es ist irgendwann mal dieser Missglaube entstanden, dass man gar nicht reacken darf, aber das, was da geklärt wurde, ist alles Content, wo Leute in einem Stream sitzen, das angucken und nicken und dann ist das Content-Piece, das auf ein elfminütiges Video reaktet, zwölf Minuten lang. Entschuldigung, es gibt keine Reaction-Videos, wo Leute nur nicken. Das ist doch dummes Zeug. Wenn Leute kritisch sind und euch kritisieren und euch entlarven, dann tut ihr alles, damit das gelöscht wird. Dann wird mit juristischen Folgen gedroht, dann wird ein Anwalt eingeschaltet, dann wird es auf YouTube gesperrt, wo ihr ja auch großen Einfluss habt, dass ihr Leute, dass ihr Videos ohne weiteres auch sperren lassen könnt. Alter, das ist ja jetzt, also jetzt haben wir aber den Höhepunkt der Unverschämtheit erreicht hier. Also unglaublich sowas. Ich möchte meine 10.000 Euro zurück, wenn das so ist, die ich an Anwalts- und Gerichtskosten bezahlen musste. Okay, ich gebe zu. Wie ein Gentleman habe ich mich nicht gerade ausgedrückt. Aber meine Aufgebrachtheit ist mir vermutlich auch anzumerken. Denn je mehr dieses ganze Thema Urheberrecht bei den Öffentlich-Rechtlichen besprochen wird, desto mehr kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Nachdem ja Jakob Bure kürzlich auf der Pressekonferenz der ARD nochmal nachgehakt hatte, was das denn nun eigentlich mit der Klage von Radio Bremen gegen mich sollte, hat die Intendantin Yvette Gerner angeboten, noch einmal ein Einzelgespräch zu führen. Dieses Angebot nahm Jakob gerne an. Und so sprach er mit Gerner und auch ihrem Justiziar Sven Karlsson. Das Gespräch hat Jakob auf seiner Seite Planet Interview als Transkript veröffentlicht, selbstverständlich mit Einverständnis von Radio Bremen. Alles, was hier zu lesen ist, wurde also vom Sender auch so abgenommen. Die grundsätzliche Frage lautet eben, warum werden andere, die sogar eins zu eins öffentlich-rechtliche Sendungen hochladen, nicht belangt, während ich als jemand, der zumindest bemüht war, sich ans Zitatrecht zu halten, vor Gericht gezerrt wird. Gerner argumentiert so. Wir haben gesagt, eine redaktionelle Bearbeitung unseres Beitrags empfinden wir als schwieriger, weil unser Material in einem anderen Kontext als Teil eines neuen Werkes verwendet wird. Das ist etwas anderes, als wenn ein privater Fan Inhalte von uns hochlädt. Diese Aussage an sich ist wirklich absurd, denn sie verkehrt im Grunde das, was eigentlich zulässig sein sollte, ins Gegenteil. Und das mit dem anderen Kontext stimmt ja auch nicht, denn in meinem Beitrag ging es ja weiterhin um die Infokrieger-Reportage und nicht um irgendein anderes Thema. Der Justiziar Karlsson versucht dann damit zu argumentieren, dass die angebliche Attraktivität des Infokrieger-Beitrags ja mir mehr Klicks eingebracht hätte. Mir sei es also darum gegangen, mit den Inhalten von Radio Bremen mehr Kohle zu verdienen. Zitat Die Nutzung unserer Bewegtbilder führt bei den Angeboten von Herrn Kreimeier dazu, dass sie attraktiver werden und die Nutzungsdauer seiner Kanäle steigt. Denn wenn immer nur Herr Kreimeier am Schreibtisch sitzend gezeigt wird, dann stellen die Nutzerinnen und Nutzer möglicherweise schneller ab. Nun ja, abgemahnt wurden ja die Passagen, in denen ich aus dem oft zu hören bin. In der Tat habe ich währenddessen Passagen aus der Reportage gezeigt. Ich hätte aber auch genauso gut mich zwischendurch an der Theke zeigen können, so wie ich es übrigens ohnehin oft mache. Und da sind die Klicks auch nicht schlechter. Dass ich es in diesem Fall so gemacht habe, hatte auch damit zu tun, dass mir das Landgericht Köln ja zuvor in genau der Sache noch recht gegeben hatte. Dass es eben statthaft sei, dass ich auch bei Offtexten meinerseits Originalmaterial zeigen darf. Denn es ist ja nach wie vor eine Verbindung gegeben, weil ich genau das zeige, von dem ich in dem Moment auch spreche. Und Karlsson lenkt dann noch obendrein ab vom eigentlichen Grund meines kritischen Beitrags. Zitat Tja, nur handelt er es sich ja hier nicht um eine sorgfältige Recherche. Sondern im Gegenteil um einen journalistisch miserablen Beitrag. Und genau das habe ich ja belegt mit den entsprechenden Ausschnitten. Karlsson suggeriert die ganze Zeit, ich hätte mich munter bei der Infokrieger-Reportage bedient und daraus einen verzerrenden Beitrag gemacht. Das habe ich nicht. Alles, was ich kritisiere, arbeitet sich konkret an der Original-Reportage ab und wird von mir belegt. Es ist schon wirklich dreist, wie Karlsson hier die Dinge falsch darstellt. Und das kann ja nur pure Absicht sein. Er versucht zu retten, was noch zu retten ist. Denn gute Argumente fehlen ihm schlichtweg. Aber es wird noch besser. Karlsson kommt auch noch mit der Behauptung um die Ecke. Streng genommen hätte ich ja sogar zahlen müssen für das Material. Herr Kreimeier muss als Medienschaffner sein Handwerk kennen. Wenn wir beispielsweise von einem Privatsender einen Ausschnitt verwenden möchten, fragen wir dort an und verwenden die Passage dann, wenn der Sender sich einverstanden erklärt und uns die geforderte Lizenzgebühr angemessen erscheint. Der Privatsender würde es uns aber nicht gestatten, ganze 25 Minuten aus einem Beitrag zu verwenden, weil er das aus den gleichen Gründen wie wir nicht will. Das hat also nichts mit Beitragzahlenden, sondern mit dem Schutz eines Werkes zu tun. Wenn Herr Kreimeier uns vor der Verwendung der Ausschnitte gefragt hätte, dann hätten wir ihm möglicherweise eine Lizenz eingeräumt, sofern er die entsprechende Lizenzgebühr gezahlt hätte. Das gilt natürlich nur für die Passagen, die nicht vom Zitatrecht gedeckt sind. Gegen die Ausschnitte, die nach unserer Ansicht vom Zitatrecht erfasst waren, sind wir gar nicht vorgegangen. Hier geht es um das journalistische Handwerk. Wenn man an diesem Rechtsverkehr teilnimmt, muss man sich auch an die Regeln halten. Herr Karlsson, ich habe mich an die Regeln gehalten, indem ich das Zitatrecht so ausgenutzt habe, wie es mir das Landgericht Köln erlaubt hat. Eine Lizenzgebühr wäre dann fällig, wenn ich tatsächlich Material einfach nur so verwenden würde, ohne es in einen kritischen Kontext zu stellen. So übernahm BILD-TV beispielsweise bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr einfach die Bilder von Hochrechnungen und Interviews bei der ARD. Das geht natürlich nicht. Wobei man selbst hier noch die Frage stellen könnte, ob dieses öffentlich-rechtliche Material am Abend einer Bundestagswahl nicht ohnehin einfach frei für alle zugänglich sein sollte. Wie kann man da auf Exklusivität pochen? Intendantin Gerner vergaloppiert sich dann auch noch an einer Stelle, denn sie behauptet, das Verfahren ist noch unter meinem Vorgänger begonnen worden. Ich habe Vertrauen, dass Radio Bremen und die Kollegen, die das veranlasst haben, immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Nun, das stimmt schlichtweg nicht. Mein Beitrag und die Klage erfolgten 2020. Gerner ist seit 2019 im Amt. Auf der Klage steht auch ihr Name als Klägerin. Wie kann sie jetzt behaupten, sie hätte mit der Klage gar nichts zu tun? Jakob Bure hat an der Stelle nochmal nachgehakt und erhielt vom Sender folgende kuriose Antwort. Im Zeitpunkt der Klageerhebung war Frau Dr. Gerner schon im Amt. Dennoch ist die Antwort der Intendantin richtig, dass sie die Klage nicht veranlasst hat. Zum damaligen Zeitpunkt kannte sie den Vorgang nicht. Vielmehr hat das Justiziariat die entsprechende Entscheidung im Rahmen seiner Zuständigkeit und nach Rücksprache mit der zuständigen Radio Bremen-Redaktion getroffen. Dieses Detail war uns im Zeitpunkt des Interviews nicht mehr bewusst. Ach nee, also war es nicht ihr Vorgänger? Ganz ehrlich, die reden sich hier um Kopf und Kragen. Und anstatt einfach einzusehen, dass sie auch sich mit dieser Klage kein Gefallen getan haben, versuchen sie noch zu retten, was zu retten ist. Und besonders erstaunlich dabei ist, dass selbst aus den eigenen Reihen Kritik kommt. Denn im MDR Medienbock 360G erschien an diesem Donnerstag ein kritischer Text. Und zwar kritisch Gerner und Karlsson gegenüber. Und die Vermutung, die quasi wie ein weißer Elefant im Raum steht, dass es nämlich in Wahrheit darum ging, einen kritischen Beitrag zu canceln, wird hier zumindest nicht als völlig abwegig betrachtet. Danke dafür. Und dann noch dies. Auf der Seite von Focus Online sind immer wieder eins zu eins öffentlich-rechtliche Inhalte zu sehen. Sie werden quasi von Focus übernommen. Na nu, hat Focus hier also die erwähnten Lizenzgebühren bezahlt? Nein. Denn über Medien hat beim BR mal nachgefragt und diese Antwort erhalten. Der BR gestattet privaten Medienhäusern über deren Internetplattformen oder Webseiten auf ausgewählte Inhalte des BR im Wege des Embeddingen zuzugreifen. So auch Burda Forward. Grundlage ist dabei ein Kriterienkatalog. Die Nutzung wird über eine Vereinbarung geregelt und ist kostenfrei. Für die BR-Inhalte erreichen wir so größere Sichtbarkeit und Zugang zu Zielgruppen, die bisher nicht oder nur schlecht erreicht werden. Ah ja, hier stellt man also plötzlich gern und kostenfrei sein Material zur Verfügung. Sogar Banner-Werbung ist erlaubt. Focus darf damit also Geld verdienen. Denn hier wird ja auch keine Kritik geübt, sondern Focus übernimmt den Quatsch, den Ariane, Alter und Coda verzapfen einfach eins zu eins. Denn das haben wir inzwischen gelernt. Lade öffentlich-rechtliche Inhalte einfach original und ungekürzt hoch, dann passiert dir nix. Aber wehe, du verlierst ein kritisches Wort, dann kommt Post vom Gericht. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender MassengeschmackTV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.